Ja, hallo zu einem neuen Let's Play, aber kein Let's Play, also kein normales, sondern ein Let's Play Together mit Basti und Michi Technik. Wir haben jetzt gerade keinen Skin, weil irgendwas gerade failed. Ich habe auch keinen. Ja, aber wir sind alle so scharfe Steves. Ja, fangen wir an. Ja, holen wir uns gleich schon, oder? Wie wär's mit Musik anmachen? Ich habe Musik an. Diesmal habe ich es geschafft. Ich brauch Hühnchen. Also, was machen wir zuerst? Ja, hier Hühnchen schlafen. Aber nicht, man nicht, wie ich es. So, jetzt, okay. Oh, was ist das? Ein schöner Wald. Gut, Holz haben wir schon mal. Ja, das ist gut. Oh, ja. Warte auf mich. Äh, ich seh was. Wow, Alter, bei mir. Ich seh da ein Dorf. Ist dann, was? Da hinten, ist doch ein Dorf. Und kühlst du's grad noch aufbauen. Ja, da ist ein Dorf. Oh, da ist ein Dorf. Oh, da ist ein Dorf, lol. Ja, stimmt. Dorf. Yeah, Dorf. Dann können wir gleich handeln. Warte, warte. Ja, wenn wir was, wenn wir was gutes haben. Oh, ich bin gerade über Laver gesprungen. Schmiede, ja, ne Spiele. Spiele. Hey, ich will reinschauen. Ich. Eisenschwert und... Oh, oh. Die, äh, ha. Wenn wir 16 Kohle, wenn wir mit dem 16 Kohle geben, kriegen wir eins mehr Lack. Also, was war noch? Ja, 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 klar. So, ich geh mal Holzfahnden. Okay, ich, ich würde sagen, wir bleiben erstmal im Dorf. Ja, ich schlag dir mal schön in die Sau. Ach, komm her. Nach dir schön. Das gibt gut, wenn es. Ja, sehr gut. Dann haben wir auch schon Felder, also... Also, Ofen haben wir auch gleich. Stimmt, in der Schmiede. Ich baue die Schmiede und das andere Haus mal, ich versuche es auf jeden Fall zusammenzubauen. Ja, komm da mal raus. Ja, da könnte man Durchgang bauen. Der fehlt. Ja, genau, Alter, der will einer als 1 Mal ragt für 6,7 München. Aber... Du musst das, der... Du, ich wollte das Urschlag, nicht dich? Hallo, jetzt, hörst du euch mal... Wie können wir... Alter, das ist ja noch übertrieben, ey, Bas, die ist ja noch übertrieben, dann schau dir mal den an. Was? Der will all 1,10,3,3,3,3,3,3,3,3. Also, ich glaube, er ist Fremdler in auch 1,5,3,3,3,3,3,3,3,4,0. so hat hallo ich kann ihn nicht sagen ich denke auch gut ist das jetzt mit dem skaten ist es uns allen die Verwünschen wird er verbinden es jetzt mit der Schmiede dazu brauchen wir aber erst mal er hätte ich habe 6 bis 6 bis 6 alt ist ein das ist er will nichts die will nicht sein er den Lied das so eine Spitze der Welt gibt mein Holz nein jetzt gibt es erst mal das soll es sein er hat den Rack Bench er ist ein Netzen das sind weil er aus dem Text im Netz sagen ja bei jahren genau wie er erstellt er hat es und es ist es um die Meister war sehr laut dem genau von Hannibal und ihr Brot er habe ich gebraten oder er hat sie müssen er passt in der Abwehr gleich in die Miene gehen mal ja wenn ich hier als Spitzer Köln als Krieg er hat dann gehe ich dir mal hier und und hier die Musik ist die Musik ist von Papa Fjot Music werde ich auch noch mal die Beschreibung packen habe ich auch immer drin ziemlich cool das hat es zu wenn man auf YouTube ist kann man die benutzen das ist ziemlich cool Warte ich hab hier auch noch ein paar Samen können gleich hier wieder einsetzen ja ich gebe dir mal die Samen hier ich will dir noch das Fleisch geben er kann gut drauf aufpassen kriegst du alles von mir Max Ney die Kriegsneider geht sie aber mal runter hier kannst ja ich schaue mal wo achter sein ja man muss lieber so machen schaut mal Leute ich kann gerade nicht ich hole mir gerade ganz kurz auch mal steigen das macht man seit mal in der Spitzhacken gehen das mache ich mir gehört die Verschösser er hat die Angelegenheit die Art der Art an jetzt fällt mir gerade ein gekennzeichnet man kann jetzt die Kapueren die Holzspitz ab Holzwerkzeug kann er jetzt auch den Ofen. Dann mach ich mir ein Steinwerkzeug und tue das Holzwerkzeug. Verbrennt das nicht. Da ist gar nichts vor. Vielleicht hätt ich mir ja. Kann jemand mal ne Kiste schon mal machen? Nee, grad nicht. Nee, ich hab nicht genug Holz. Ich hätte Holz, 18 Stück, aber ich bin grad am Stein formen. Dann tue ich mir. Und ich bin grad an Minen. Das hier. Och Kohle, wir haben Kohle. Perfekt. Du musst dann gleich um. Auf! Oh nee, bitte nicht. Was ist? Scheiße. Spinne. Ich schlag's grad mit der Spitzhacke. Ah, Basti hat richtig Kuhle. Ich helf dir mal schnell, damit's schneller geht. Ja, äh, sie ist dauernd. Und dann schnell zurück was geht. Echt. Echt. So, 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 so. So, ist schon noch schnell ganz wegen Stein. Und dann würde ich sagen, Ja, ich bin voll blöd, ich danke. Hab der eigentlich irgendwo schlagere Zombies mit? Scheiße. Hab der Schafe irgendwo? Ich geh schon wieder raus. Ich bin doch ein Genie. Ein Genie. Ich bin ein Genie. Ja, genau. Aber das wisst du ja. Ja, klar. Okay, ich kann Küsten mitmachen. So, äh, Basti macht dann auch mal, ähm, Dings Fackeln. Oh, voll gefällt, ey. Hast du die Kohle aufgenommen? Ja, hab ich alles. Ich hab nämlich keine komischerweise aufgenommen. Ich tue dann mal das restliche Fleisch da rein. Ey, wer schlägt da an Türen? Ja, ähm, zum Beispiel wahrscheinlich. Äh, du oben auch mal ein bisschen Kulere ran. Ich ne, das einfach von unten mal. Nimm das. Ey, ja, habt ihr bisschen Holz hier? Oh, weg. Egal. Ach, schön hier Fackeln machen. So. So, Fackel einsetzt. Wie schon mal halst von euch? Zwei Stecken, die Projekte selber. Wo ist jetzt eigentlich 2 Uhr 8 Da hinten sind drei. Ah, ich mach mir am besten. Sticke ist ja genau zwei. Ich gehe mal zu schlachten. Ja, kunst du ihn nicht wirklich näher? er hat der Rolls-Beit-Gelette auf einen Haufen die Welt erst mal schlafen auch Spinn sind durch auch älter auch auf der Stütz des Ganzen da haben wir und das steht ziemlich ja wo so ein Modell achte ein Teil erhebte immer noch funktioniert noch Timber hat Loll, ey, wo ist meine Mini-Map hin? Loll, meine Mini-Map, was ist weg? Wahrscheinlich muss ich cheat die ganze Zeit. Geil, 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 geil. Oh nein, oh mein Gott. Geil, richtig krank. Richtig geil. So will Monster. Ich darf dir nicht sagen, was das ist. Nein, das... Nee, Alter, ey, dafür bin ich ja 2... Was ist weg? Was ist weg? Was ist weg? Eine ist noch frei, eine ist noch frei. Ja, der gehört mir jetzt. Ja, ja. Ich habe jetzt genug Holzklub 36 und verarbeitet. Das sind genug. Oh, Alter. Ich hab' noch nicht mehr L sich l 뭐야. L Rauch ist ausreichend. und geschlagen ist so er schlägt immer seine Hälfte zu sagen er hat schön ich habe zurückkehren ist das gilt es geht war weil ich mich dann damals erinnern weiß noch wo ich den Hund getötet sollte und dann haben ihn seine Hunde angegriffen ja genau und dadurch habe ich mein Volk alles er hat mich geschlagen eigentlich der Ding der was ist er ja der hat mich geschlagen unabsichtlich er ist sauer auf dich das weißt du schon jetzt loslassen ja schön danke ich bin wer noch bleibt neue Krater haben hier damit aufhören heutgegen bei den Ehebrüder gar nicht weiß es macht er er hat aber ihr wir sind hier gerade in einem ernsthaften ne doch nicht eine Tür wollte ich machen wir ich habe eine Knochte die Süd es ist nicht ehrlich so auf mich oder ich glaube der ist auf mich so oder über jemand irgendwie was zu verändern ich habe was kommt ganz vielleicht viel vielleicht sollte noch in den Ofen sein das habe ich schon raus die Städte mit dem Enderman Versuch ins Bekirchen mit Knochen ich habe noch nicht gesagt der Endste sind so richtig viele die Städte wir haben schon mal sechs Eisen damit machen wir aber erst mal nix da sind noch zwei Hunde und einer der noch sitzt sind eine Kost und vor Ort wenn sie jetzt schlafen ist die Städte Lern als er hat mir gebeten er übrigens ich muss jetzt wir müssen dann mal den Park für ein Prozent er auch nicht weil ich muss es uns beschlossen Mann muss das Baby schon wieder ins Bett Hälfte er macht sich schlecht aus sich Hälfte er in den Händen und die nach noch kurz zu werden ich habe noch zwei Minuten ungefähr was muss musste da werden er als erler und schluss die Ehe ich muss in fünf und drei vier Minuten und er hat er will nicht an er hat er in der Ruhrung von einem Stadion er ist er und will nicht irgendetwas ja wo ist das Fleisch jetzt ich brauche Fleisch laupt ihr einfach mal rum Loll was ist es es ist das was ich denke nicht wirklich oder er passt es kann sein dass er sich auf den Kanz warum weil die Hälfte er hat das Wort nicht die Hörs okay ich kann nicht mann er hat dazu noch eine kleine Geschichte erzählen wir waren auf dem Server und ich hatte wie viel Schluss er spricht der hatte ich insofern F5 oder so